So, hier sehen wir das Frühstück, frisches Obst, frische Eier, ein bisschen Gemüseles, Wasser, auch so was. Wir haben auch noch leckere Eier, die nette Tame macht die alle schön frisch. Guten Morgen, ich komme einen Service hier an dem Café. Alles, was das Herz begehrt, gibt es hier. Wir haben sogar leckeres Volkheimbrot. Mhh, gute Brötchen. Alles auch alle.